Mein Name ist Burkhard Lienert und ich bin der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Die Frage interessiert ganz viele Menschen, die mich anrufen, Mails schreiben, wann wird es endlich soweit sein. Wir machen jetzt ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren. Wir sind ja in Vorbereitung. Ich führe schon viele Gespräche auch dazu. Deshalb ein ordentliches Gesetz ist die wichtigste Grundlage, die wir dann schaffen werden. Vereimert ist es im Koalitionsvertrag. Wir machen es. Und ich stehe dafür, dass wir es machen. Ich möchte die Drogen- und Suchtpolitik in der nächsten Zeit auf eine neue Grundlage stellen. Hier geht es darum, dass wir einen neuen Blick darauf werfen, wieso, warum, was passiert. Dass die Menschen Hilfe erwarten und nicht das Strafrecht vor der Tür steht. Und insofern, glaube ich, habe ich mit ganz vielen Fragen zu tun, die über Alkohol und Tabak und kann da bis hinausgehen werden. Und darauf freue ich mich schon, endlich dem Ganzen eine neue Grundlage zu geben.